Achtung, Achtung, wer die Wohnung verlässt, wird ohne Vorwarnung erschossen. Nach Gregory Pecks im Wendekreis des Kreuzes, jetzt wieder ein Uferfilm der Sonderklasse. Blutiger Schnee, die Geschichte von dem verzweifelten und todesmutigen Überlebenskampf einer 14-Jährigen. Waffen-SS. Es wird heiß werden. Seit Monaten treiben Sie hier in der Gegend Banditen rum. Lassen unsere Züge in die Luft gehen, schießen unsere Leute ab. Lassen Sie eine Bekanntmachung für die Öffentlichkeit drucken mit den Namen aller Geiseln und dann unterschreiben Sie den Exekutionsbefehl. Das ist ja ein ganzes Waffenarsenal. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich traue diesem Land nicht. Achtung! Legt an! Flieht so schnell, legt an! Lauf so schnell du kannst. Lauf durchs Wasser und durchs Moor. Durchs Wasser werden dir die Hunde nicht folgen. Die werden deine Spur verlieren. Blutiger Schnee. Ein Film, der mitreißt. Ausgezeichnet mit dem ersten Preis der dritten deutschen Videomesse.